Spiele sind deswegen nicht weniger wichtig. Wir haben jetzt natürlich eine Chance, nach den letzten Ergebnissen, insbesondere am Sonntag im Heimspiel, wichtige Meter zu machen. Das ist klar, das wollen wir auch mit aller Macht anstreben. Aber wir wissen auch alle, nicht zuletzt auch aus der Erfahrung aus dem Hinspiel, dass Paderborn eine gute Mannschaft hat. Ich gebe das gerne noch mal zur Erinnerung. Wir haben da nicht nur verloren in Paderborn, sondern wir haben verdient verloren. Die waren die bessere Mannschaft im Hinspiel. Und das wird eine schwere Aufgabe am Sonntag. Nichtsdestotrotz wollen wir die Punkte hier in Berlin behalten. Soll ich auch etwas haben? Das ist ausreichend, oder? Okay, gut, wunderbar. Herr Genzel?